können jo leute und damit willkommen zurück zu super marios boss 3 mit dem flash mit zentos hallo ich kann aber nichts machen kann nichts machen nein controller will dich moment wir lösen das problem ja dann beende das spiel doch einfach eine aufnahme können wir laufen lassen können das machst du ja sonst nie ich bin in so einer begraubten fester gruppe das spiel mich jetzt verarschen bist du kino gerade ich muss ich halt schneiden mit ich das fick dich raus habe noch mal neu starten war das echt beendet sicher sicher hallo ja wenn du auch das ding drückt für tasmanager was ist das mit den scheiß nicht links sind die bei mir nur schwarzbeet dahinter schwarzbeet tv mit in der schönen umrandung man das fängt ja wieder gut an bei uns beiden heute ne klar da bist du der vogel bam oder das ist echt ein ordner um den weg das mit donkey kong so gemacht habe wir machen was machen wir haben die technische störung gerade was für eine technische störung das ist normal es ist warte die momente ein technischer mitarbeiter werde gleich für sie verfügbar sein nein welche technische mitarbeiter wir haben keinen ich wollte einfach mal labern lass mich doch D-d-d-d-d, kein Anschluss unter diese Nummer. Der technische Mitarbeiter wird in 5 Minuten für sich da sein. Zehn Jahre später. Dum dum dum! Ja. Ich hoffe, das noch kann. D-d-d-d-d-d-d. Dann ist er so oder so nicht. Weißt du doch. Was du denkst am Morgen, ne? Ja, ja. Musst dir gerade überlegen. Ich hab die Tage jetzt hoch und rausgehauen. Okay. Weil ich keine Lust hatte irgendwas fertig zu machen. Oder eher gesagt, ja, keine Lust und nicht wirklich die Zeit. Ist ja auch nicht so schlimm. Hast du dir eigentlich den Twitch-Stream verfolgt? Ich glaub, der läuft heute noch. Ne, heute ist der zehnte, ne? Ja, heute ist der zehnte, ne? Es gab da diesen Twitch-Stream, wo die die Speedruns gemacht haben. Ja, hab ich nicht geguckt. Oh, Alter, Donkey Kong Country 2 in einer Stunde noch was. Eine Stunde 42. Mit allen Bonus-Leveln. Hab ich halt nicht geguckt. Oh, war so herrlich. Oh, äh. Ähm. Mach mal den Upload bei mir aus. Glaub ich besser. Wenn wir über Hammatsch zocken. Du sollst ja doch nicht reinschwingen. Wie oft denn noch? Ah, ich hasse dich. Aua. Wo kommt der denn her? Guck mal, das erste Level ist doch schon geschafft. Ja. Wie war das? Die ersten Level schaffen und dann hauen wir nur noch und verkacken wir nur noch. Ne, danach machen wir Content-Checken. Ja. Content-Verkackung machen wir dann. Die Content-Verkackung. Das Beste, was man machen kann. Jetzt neu im Sechster-Pack. Achso, weißt du jetzt. Ich hab immer den besten Disconnect jetzt um 3 Uhr. Mittags. Okay. Erst um viertel nach acht. Und jetzt um 3 Uhr Mittags. Nö, nicht diese Scheiße. Nom 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 nom. Fett, 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 fett. Nein, nein, nein. Nicht ins Wasser, du kommst nie wieder raus. Ach, man kommt wieder raus. Oh, du stirbst dabei. Ja, ich bin zu weit gesprungen. Ich steig wieder wie ein Abgestochener. Oh. Hi. Yeah. Haha. Ich dachte ich spring drauf, weil die genau passend läuft. Und ich dachte auch, ich spring drauf. Und was ist, ich fall ins Wasser. Irgendwie ist das doch normal. Ah, fuck. Scheiße. Aber weiter gekommen als eben. Ja, wow. Jetzt, jetzt ist wieder, jetzt müsst ihr wieder wissen, jetzt ist Kontainstreck angesagt. Weil wir müssen ja auch Folgen produzieren und äh. Ah. Und wir müssen auch ein bisschen auf unserem Standard bleiben, dass wir nicht hier kommen. Hast du gesehen, wie das wieder durchgebackt ist eben? Ja. Nein, mach, mach. Komm mal nicht rein. Nein. Nein. Du nicht. Warum wolltest du den Block nicht aktivieren? Nein. Ich stehe gar nicht genug. Eben gegen das bei mir. Hiet. Bei mir leckt das gerade wieder so ein bisschen rum. Hast du das? Alter. Blum, ich hasse dich. Ach, Mann. Benni war gestern auch gut. Du streamen und lade hoch. Und der hat mich schon ganze Zeit genervt immer. Und der hat so oft geklopft gestern schon. Ja, ist doch gut. Und weil ich mit einmal nicht geantwortet hab. Ding hochladen. Na, kommt dann mit einmal rein. Ich bin jetzt spinn. Ey, das ist mir doch egal. Was macht, was macht der jetzt bei mir das Kabel erst mal? Lol. Ich hätte echt durchdrehen können. Ich hätte echt durchdrehen können bei Ihnen gestern. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich weiß auch nicht, warum das bei dir spinnt. Wah! Wah! Fuck. Ja, tschüss. Ich dachte, ich hab diesen Unsterblichkeitseffekt noch. Und spring natürlich voll da rein. Aber merkst du, wenn ich schlaue, dann geht's. Ja, das merkt man auf jeden Fall. Das merkt man auf jeden Fall richtig gut. Ich bin noch viel weiter gekommen. Ach so. Warte wegen dem Feuer schon, ne? Ja. Bist du ein Idiot. Ich dachte, ich schieß die schon ab und kann mir die zweite nehmen für die Ding. Nein. Ja, ja, ja. Vielleicht darf man das erste Level auch wieder machen. Ja, ich? Ja, du. Ist doch egal. Ob du oder ich. Peng oder Puff. gül du 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 ihr könnt mich mal am arschflecken hallo beon nein voll ich hasse sowas wenn das passiert waa ich werde sterben sollen nein ich will aber das war glück kommt jetzt nicht noch das ende das ist kein glück das miserables können ja miserables können ich sag's auch miserables ja aber ich bin ein geschenk aber ich habe noch ein schlaf ding da war ich gerade eine scheiße ich möchte haben noch mit der mitte ja mit der beste weißt du doch das war aber du weißt doch mitte ist immer besser nein ihr seid hässlich die hässigen hammerwerfer deswegen wollte ich ja gerade los springen der hammer weg war klägliches können wirklich klägliches können motiviert und kurz schrauben aber man merkt was wir bei fünf spaß dabei haben das war die rache dafür dass du gehört hat der ist gebaut jetzt können sie noch ein pilz schnappen das wird strafe auch die mitte nehmen und ich muss das level wieder machen egal schaffe ich mit vier leben ja im das finger du hast noch die wolke ich auch gerade aber die würde ich nicht hierfür benutzen das wäre zu schade komme ich dann nicht über der bürger ja aber nicht näher nur bis zum rohr ne ich verschwende jetzt einfach mal ich hätte auch den pilz nehmen können ich idiot jetzt muss das level aber schaffen ja ich weiß ja sind wir die geister einfach laufen ja einfach laufen 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 äh fuck weg die röhre gar keine der kommt runter oder auch nicht kannst du eigentlich doch irgendwie umlang gehen können bis klein ne aber die klamme war im weg jetzt warten wir sie umdrehen müssen ja so schön verschwendet ja sollte ja klappen können hätte 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 sagt die fette kette hätte klappen können au das hat geknackt gemacht da 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 als wäre nichts gewesen ja so verbringt man auf jeden fall ne folge wir haben das in der wir doch nicht geschafft ne war irgendwas nö wir haben doch gerade erst die neue folge geschafft oder nicht ja ja so wie gerade die folgen laufen noch 20 minuten ja mein gott es fällt nicht auf was mich aber wundert warum habe ich mehr folgen als du keine ahnung mario hab ich nämlich schon gesehen gehabt dann habe ich mehr als du hab ich mir auch schon gewundert sieh ich hab mir auch noch nicht die 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 Nam Nam Hm? Hier nur Nam Nam gemacht Nam 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 Ja ja Kann ich hier noch eine Felle Pflanze raus? Nein, hast du auch gesehen Aber damals Du dup 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 Zack Machen wir das mal einfach so Das heißt du musst Level 2 machen dann kann ich Level 3 bestimmt easy machen mit dem Ding jetzt Schaff ich Boah, völlig schaff Ja du schaffst doch schon Ich hab Vertrauen in dir, du musst einfach nur ein bisschen reden Jaja, tu mich auch Ey Hey! Immer dieses... ...bisschen da. Dass du da erst reinkommst dann. Hey du Mädchen! Hey! Beide getroffen! Du heftige Pflanze! Fick dich ins Knie! Sonst rennst du's nie! Ah fuck Scheiße. Das wird dämlich jetzt von mir. Meiner? Arschloch, diesmal war's nicht. Vertraue dir, dass du schaffst. Was? Diesmal? Was ist denn los? Jetzt auf einmal? Weiß er nicht. Keine Ahnung. Ich hab mich gar nicht wirklich drauf konzentriert. Super. Ich glaub jetzt muss ich gar nicht mehr konzentriert werden. Dann wird das auf jeden Fall was. Welches möcht's haben? Ich weiß nicht was. Scheiße. Aber ich frag dich gar nicht einfach rechts. Oder rechts? 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 Ja. Vielleicht gehandelt. Strafpilz. Ja. Strafpilz. Die ist ein Strafpilz. Guck mal, der kann flattern jetzt. Boah, du Wichser. Ja, ne? Das muss ich nicht mehr überwachen. Ha, der wollte dich hauen. Hat er nicht geschafft. Mal gucken, ob du das überwählst, schaffst. Nee, schau ich nicht. Ich kann das so ein bisschen überbrücken. Aber ein bisschen optimistischer. Dass du das Level schaffst. Weil dann ist das schön. Müssen wir halt das Schloss noch schaffen und dann haben wir die Röhre frei. Okay, so geht's auch. Wenn man die Wand ankacken will. Oh, Mama. Du, 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 du. Ach ja War das jetzt nötig? Weiß ich noch nicht Das ist ein bisschen Pilz Du Wichser Was war das denn? Alter Man kann doch speichern über die F-Tasten die wir haben Ja Man hat einen bestimmten Bereich Ich meinte in den Level Was war das? Da hätten wir bestimmt das Ziel gewesen Ja das glaube ich nämlich auch Was? Was war das? Ich weiß es nicht Dann gleich bestimmt so gut und spring ihn rein Was? Fick dich Fick dich Fick dich du Jude Ja ich hab nichts gesagt Mit kein Hammer geworfen Was? Du hast das Wort mit Duden gesagt Mit Duden? Ja Ich hab gesagt les mal den Duden Was? Hass auf die Duden Ja